Mein Name ist Dein Korte, ich bin René Matusek und wir sind S2. Heute haben wir zwei Paar richtig geile Schuhe organisiert von Adidas. Erstmal vielen Dank dafür an Adidas. Und zwar gehen diese Schuhe an einen der besten Nachwuchskicker Europas. Und zwar an Can Yilmaz von Azed Alkmaar. Was hier aber für geile Schuhe drin sind, das bleibt unser Geheimnis. Das wird heute in der Tat nicht verraten, weil die Schuhe sind eine Überraschung für dich. Wir wissen ganz genau, dass du einige wichtige Spiele vor dir hast gegen Feyenoord, Rotterdam, gegen Ajax. Und wir wünschen dir auf diesem Wege viel Erfolg mit den Schuhen, viel Spaß, mach ordentlich geile Tore damit und hau rein. Und nicht vergessen, immer schön liken, Facebook, Instagram. Bis bald, macht's gut, hau rein, tschüss. Bis bald, macht's gut, hau rein.